Oh shit! Fuck die Sitzung! Ich habe eine ganz wichtige Sitzung vergessen. Das ist Demenz. Ach, jetzt wird doch nicht hysterisch auch so. Ich habe gesehen, du hast schon auf die Sille Demenztest. Nennen Sie mir bitte so viele Dinge wie möglich, die man in einem Supermarkt kaufen kann. Los! Eine Bratwurst, Servila, Wienerli. Komm doch mal weg von den Würsten! Ja, was gibt's denn? Aprikosenjoghurt, Mango-Joghurt, Passionsfruchtjoghurt, Mango-Passionsfruchtjoghurt, weil das ist nicht gleich. Ich weiß nicht, ob das etwas bedeutet, wenn man nur Würste und Joghurt-Sorten weiss.